Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Super Mario. Ja, ähm... Ja, warum ich da starte? Weil irgendwie mein Safepoint ganz woanders war. Aber egal, wir werden uns jetzt die letzten drei Sterne krallen. Wie wär's am besten? Gleich mit hier irgendwie. Da diese Tür da. Oh, ne, da haben wir doch schon alle. Verdammt, der Scheiße hier. So ein Mist. Die letzten drei Sterne, das wär's. Geil. Ah, das ist ja super. Ne, also, ich hab hier nebenbei noch Skype anlaufen und so, aber ich hab mich auch beschäftigt gestellt, damit man das jetzt nicht hört. Und ja, ne, gute Luden-Sachen. Wir wollten nicht heute noch Minecraft aufnehmen, aber wir beide haben das jetzt nicht gehört. Dann heute doch nicht Lust drauf. Also, ich hatte keine Lust drauf. Und ich war ja gerade noch in The Avengers. Ha! Genau. Erforsche die Höhen und Tiefen. Aha. So. Ähm. Was muss ich denn jetzt machen? Muss ich da diesen Punkten folgen, oder wie? Ja, ich hab mir, äh, ich weiß nicht, was ich machen muss. Lass mir jetzt von dem Viech dir einfach nochmal da hochwerfen. Hey, Viech, komm her. Oh, nein, 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 nein. Dämlich ist Viech. Hey, kommst du mal bitte her. Ja. Hm? Hä? Nein. Dämlich ist Viech. Komm mit. Komm mit. Und jetzt hier hoch. Ah! Ich weiß jetzt übrigens, wie die Gegner da oben heißen. Also diese lilanen. Es sind Chucks. Ah, nee. Komm, nein. Komm. Jao. Wunderbar. Oben. Also, die werden Chucks genannt. Keiner fragt mich bitte nicht, warum. Ich hab die zwar noch nie gesehen, aber... Nee, bitte, kann ich da hinten hin? Hm, wie komm ich denn da hin? Naja. Ja, genau. Sieb... Ah, ich hasse diese Kameraeinstellung manchmal, ne? Warum kann ich denn jetzt... Hm? Nee, äh... Ja, wunderbar hier. Woll ich jetzt aber... Oh. 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 Ah! Woll ich jetzt aber auch meinen hier, du... Ey, komm. Ist jetzt nicht mehr witzig hier. Ah, was ist das denn jetzt hier? Ja, meine Güte. Ach ja, der 3D-Effekt in Marvel's The Avengers ist wirklich lohnenswert. Äh, lohnenswert. Und der, der Film ist generell voll lohnenswert. Also, wenn ihr nicht wisst, wo... Ob ihr da reingehen sollt. Den hab ich doch schon in Scheißstern hier. Will ich doch gar nicht. Nee. Wunderbar. Wow. Äh. Was passiert, wenn ich hier draufgehe? Hm? 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 Was passiert denn da? Wunderbar. 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 Da ist nur ein Schild. Kann man ja mal lesen hier. Komm. Komm. Geht doch. Wenn du von Zeit zu scheinen... Ne, von Zeit zu Zeit erscheint eine farbige Zahl, wenn du Küsten eröffnest, Ringe durchquerst oder geheime Orte erreichst. Gelingt es dir, alle fünf farbigen Zahlen dieses Bereichs zu finden, erhältst du zur Belohnung einen Power-Stern. Aha. Komm. War das jetzt eine Zahl? Weiß ich auch nicht. Man, das sieht man nicht. So, so sieht man es vielleicht. Ja. Sieht man eben nicht. Nee. Ach, egal. Komm, komm, komm. Bedeih mich jetzt, wie ich. Ja. Dieser Feuerball soll abkommen. Komm mit. Oh ja, komm her. Nein. Scheiß Feuerball, ey. Komm nur her. Ja, folge mir. Nein. Folge mir. Warum macht er das denn jetzt nicht, Herr Pisa? Egal. Ja, genau. Ja, genau. Dankes Drecksteil. Okay. Irgendwie weiß ich nicht, was man hier in diesem komischen Level machen soll. Ja, ich habe da keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wirklich nicht. Was soll man denn hier machen? Warte mal. Äh. Äh. Nee. Nee. Da unten geht es doch rein, oder? Ja, da geht es eindeutig irgendwo hin. Ich gehe jetzt einfach nochmal hier hoch und da hinten war ja noch so eine Plattform. Was macht der denn? Ja, da hinten irgendwas? Nee. Ey. Was macht der denn? Ja. Dieser Stecker hier. Ja. Der Stecker ist gut. Das Ding hier. Hm. Ich darf nochmal hier hin. Ja. Nee. Nee. Dreifachsprung gegen den. Eins. Zwei. Drei. Und eins. Zwei. Drei. Und eins. Na, dann gehe ich wohl dahinten. Und eins. Zwei. Nee. Oh, ja. Gar nicht hier. Komm her. Der hat mich gestrickst. Teil. Komm mit. Nee, komm doch her. Komm her. Komm her. Komm her. Ich denke, ich sollte mich auch in Ruhe lassen. Komm her. So. Nee. Meine Güte hier. Mit. Und hoch damit mir. Nein. Meine Güte, ey. Komm. Komm, komm noch ein bisschen hier. Mah. Nee, komm schon. Nee. Ach ich. Jetzt. Ey, was macht ihr denn mit mir hier? Hm. Komm mit, dreh dich und jetzt hoch hier. Wunderbar. Hat geklappt. Steh auf, Mario. Und hier runter. Was wird denn? Das erhöht das Wasser. Aha, was bringt mir das, wenn das Wasser hier erhöht? Genau. Hier runter jetzt. Gut. Und nochmal hier runter. Nein. So, ähm. Dann fang ich mal hier hinten hin. Ah, da ist doch so ein Viech. Nee. Back dich einfach mal rum hier, Mario. Back dir ein Eis. Genau. Nee. Dreh dich um. Dreh dich um. Alter, dreh dich doch jetzt um hier. Oh, oh. Nee. Komm. Das kannst du ja gar nicht hier. Komisch. Hm. Nee. Vielleicht noch so ein Teil hier aktivieren, damit die noch rüber gehen. Nee, davon geht das Ding ja nur nur runter hier. So fast. Davon geht das auch runter. Oh, aber wie weit. Aha. Das ist also so beeinflussbar. Dann können wir ja hiermit irgendwie was machen. Warte, da ist doch nur so ein Teil hier. Komm her. Das kann man hier durchlaufen. Und was bringt mir das jetzt? Genau. Hm. So. Immer so und dann so und dann... Nee. Nee, so bringt mir das nicht. Ist vielleicht so? Komm, komm, Mario. Ja. Oh, nee. Ja. Spring. Ja. Bald bis oben, Mario. No, ja. Wunderbar. Wie ich auf dem Stuhl mithoffe. Oh, lustig. Like, sucht die. Oh, nee. Oh. Was verdammt das denn jetzt? Genau. Kann ich mir da Wasser hauen? Nee, da habe ich nicht so viel Kraft, als dass ich das hauen könnte. Dann denke ich, werde ich wohl den da hinten weghauen müssen. Also erst hier Wasser runtersetzen. Dass ich den hier weghauen kann. Wunderbar. Und dann... Wartet. So. Und höher hier mit dir. Und hoch. Komm. Nee. Ein Walljump muss man hier genauer machen. Obwohl, wartet mal. Bin ja auch einer. Komm mal. Kommst du jetzt mal bitte hier. Nee. Dämliches Mario-Teil. Mach doch... Geh doch runter hier in die Knie. So. Dämliches Vieh. Halt die Klappe.